Was geht ab Spaß, Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben uns jetzt zuletzt die 100.000 Kalorien Challenge von Eric V. Electric reingezogen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, zieht euch die auf jeden Fall rein. Video verlinke ich euch mal hier oben. War sehr, sehr wild und wir haben bis jetzt nicht verstanden, auch bei der 50.000 Kalorien Challenge, wie das vor allen Dingen physikalisch funktioniert, dass das ganze Essen in seinem Bauch ist, weil allein schon vom Volumen her ist halt einfach das Problem. Wie das funktionieren soll, wie ihr könnt, dass ich dann überhaupt noch bewegen und bla bla bla, Sport machen, sogar ein Fitnessstudio gehen, Kreuz heben, etc. Er hat ein Aftermath-Video hochgeladen und zwar nicht nur eins. Mir zuletzt nach der 50.000 Kalorien Challenge, wir haben jetzt gerade die 100.000 angeschaut. Das geht noch ein bisschen länger, ich denke mal, das hier wird das gleiche sein und ich würde sagen, na schau mal rein, wie er das macht, weil das ist eigentlich eine Frage, die sehr, sehr häufig gestellt wird. Finde ich auch sehr cool, dass er das hier mal so erklärt. Also, weil wir auch manchmal gucken, wegen Fake und Nicht-Fake, das Gewicht, das danach hat erstmal nichts zu bedeuten per se, du kannst dich auch voll auf die Waage stellst, einfach nochmal, keine Ahnung, vier Liter Wasser nicht reinpressen und sich davor einfach mit sehr wenig auf dem Ding stellen. Also, irgendwie kann man das Gewicht schon mal ein bisschen faken und keine Ahnung, ein bisschen was kann man da schon mal machen. 24 Stunden nach der Challenge. 55 Mal Bike Ride. Wie viel ist eine Meile? Ich glaube, zwei Kilometer oder sowas. Also, über 100 Kilometer auf jeden Fall. Also, er fährt auch ein gutes Tempo. Jetzt ist es Zeit, zu fahren. 10.1 Meilen, komplett. 55 Meilen auf dem Bike. Alles Gasewerk. Krass. Zweiter Tag nach der Challenge. 80 Mal Bike Ride. Okay, also, das ist über 100 Kilometer. Und dann immer nur so super Salat und Hähnchen. Das ist Disziplin, Alter. Das ist Disziplin, Alter. Ah, noch weißen Reiß hat er hier. Ah, noch weißen Reiß hat er hier. Als ob der das so durchzieht, Tage. Als ob der das so knallhart durchzieht. So, as you all can see, it's not always Rainbows and Butterflies after these giant calorie challenges. After I do these crazy days of eating, I have to stick to a regimented diet and training routine. If I wasn't doing that, my weight would skyrocket. And speaking of my body weight, here's what it looked like seven days after the 50,000 calorie cheat day challenge. Hier sieht man, an dem Tag hat er die Challenge gemacht, da ging das Gewicht natürlich hoch. Und dann hat er es aber konstant runterbekommen. Now I won't go on about this, because I've talked about this a lot. I am an endurance athlete. I am currently training for an Ironman, which is happening in October. So, an Ironman ist auch gestört. Also, der Typ ist super ultrasportlich. A few pounds of weight gain is really not something I'm gonna worry about, because I am expanding so much energy. Just to show you how many calories I actually burn through training. This is what the next seven days look like after the... Okay. Gut, dann die angenommenen 4000 Kalorien am Tag, die er verbrennt, können wir da mal dezent wieder vergessen. Alter, Digga, wie, was, der Kerl, der lebt in einem Hamsterrad, oder? Was macht er denn, dass er so viel Kalorien verbrennt? I do want to touch upon something, because a question that I got asked a lot about in the comment section of the video was, what were the bathroom trips like during and after the 50,000 Kaloriet Cheat Day Challenge? Now my answer might surprise a lot of you, but I've actually dealt with much worse. Believe it or not. I strategically implemented a lot of liquid calories of each meal. Like I knew going into it that I was not going to be able, most likely not going to be able to eat 50,000 calories in just solid food, like pizza, donuts, and all that. So I knew I needed to really maximize my liquid calorie consumption in this challenge. The liquid calories in this challenge accounted for about, I believe about 34 to 37% of the total calories that I consumed in the actual challenge itself. So I'm actually really glad I decided to do that. Now if you guys remember, the whole goal was to consume 50,000 calories within 24 hours. And a big part of that was the calories themselves that I consumed. Now if you don't know this, oil is one of the most calorie dense things you can actually consume. Which is why I decided to put them in the shakes that I was consuming during the 24 hours. The other thing about oil is that it can make you go to the bathroom. And it can also keep you in the bathroom for a long time. Another question that I got asked a lot was, how much of the 50,000 calories did I absorb? Now if you all know about fat gain, you know about calories and muscle and all that, you'll know that there are about 3,500 calories in one pound of fat. Which in theory would mean that I would gain about 14.2 pounds from this challenge. And to everyone that's not American, that's about 6.5 kilograms. Obviously, that didn't happen. Now there's no way I'd be able to burn 50,000 calories in a single day. Or even a quarter of that amount. I mean I can burn about 10,000. As you guys have seen, I'm capable of doing that. So based on not even just this challenge, but all the crazy calorie challenges that I've done, I strongly believe that there's an upper threshold for the amount of calories that the human body is capable of absorbing. And now I know a lot of people are going to hear me say that and be like, Oh, I'm going to go out and eat 80,000 calories in a single sitting and great, I'm not going to gain into it. And no. It's not, it doesn't work like that. Don't get me wrong, you are going to absorb the majority of those calories. Going back to what I said earlier, I did gain weight from this challenge, but the majority of it I hold in my lower body. Another Respekt. Eric Velectric, wirklich Respekt. Der scheint mit wirklich super, super viel Konzept an die ganze Sache ranzugehen, das Ganze studiert zu haben auf einem ganz anderen Level. Und ich stimme ihm auch bei allem zu, was er bis jetzt gesagt hat. Genau die gleiche Erfahrung habe ich nämlich damals bei meinem, was ja jetzt zu ihm ein Witz ist, 20.000 Kalorien auch gemacht. Ich zeige euch mal ein Bild. Könnt ihr mal gucken, ob ihr einen Unterschied sehen könnt. Das eine Bild habe ich davor gemacht, das andere danach. Man kann nicht wirklich sagen, welches davor danach ist, ne? Ich habe auch mich gewogen. Ich habe natürlich ein bisschen mehr gewogen danach wieder, aber meine Form übrigens war sehr stabil zu dem Zeitpunkt. The question that I was asked a lot is how I felt after eating all of that food. This really shouldn't come as a surprise when I say this, but the day that this challenge ended, it was brutal. It really sucked, but I'm pretty much used to it at this point. I find that these massive 24-hour calorie challenges usually hit the hardest the day after I finish them. But what I also find is that the day after, the day after I finish them is where I have these huge energy spikes. Now, hopefully you guys can see with what I showed you earlier, the amount of training that I did during the week. And just from looking at my training log during the week, I expended a lot of energy the days following the challenge. Now, obviously my calorie intake was super low during those days, given the fact that I just had attempted to eat 50,000 calories. I mean, with that much food in one day, I am definitely not hungry the next day. In fact, I very rarely am hungry the next day, which means I generally don't have a meal the next day, because there's so much actual food still in my body. So my appetite usually returns to normal about 36 to 48 hours after these challenges are over. And then throughout the next couple of days, I'm on top of my diet, I'm eating fairly low calorie, and I usually eat one meal a day. This is my protocol after I do these huge calorie challenges. Brutal. Brutal. So in etwa, nur halt auf absoluter Amateurbasis mache ich das halt auch. Ich gucke, wie viele Kalorien esse ich ungefähr, dann schaue ich, wie viele Kalorien muss ich definitiv wiederhaben, damit ich das wieder ungefähr abgebaut habe, und dann nehme ich mir halt Zeit. Aber bei mir ist das so, dass ich halt einen Monat oder noch länger brauche, um das alles wieder zu verbrennen, und der zieht das halt so hart durch, weil das schaffe ich nicht. Also ich bin kein Triathlet, ich kann nicht jeden Tag 150 Kilometer Fahrrad fahren und irgendwie 10.000 Kalorien knapp jeden Tag verbrennen, nur eine einzige Mahlzeit essen. Das ist schon eine Challenge per se. Which leads me to my final point here. Hopefully this doesn't come as a surprise to you all, but these calorie challenges are not healthy to do at all. Which is why I don't do them on a regular basis. It's also why I don't recommend for anybody else to do them. But the flip side to that is that I've been doing these for a long time now. Been doing these for about six years. And I've definitely learned a lot about my body over those six years, and I've learned what my limits are, and I definitely know how much is too much. And I also just have to say this, as a YouTuber with a really odd ability to eat insane amounts of food, it's my job to keep you all entertained. I've tried experimenting with videos that aren't super high calorie food as these high calorie challenges are. It's totally fine though, because today I love my job, I love you guys, and I enjoy what I do. And I would not be doing what I do if I did not enjoy it. I know this wasn't a food challenge this week, but I really had to take some much needed recovery time after the insane challenge that I just did. If you guys want to keep rocking with me, I'm going to go ahead and put in another food challenge that I think you guys are going to enjoy along with a playlist that I think you're all going to enjoy right along the sidebar right there. Eric V. Electric, sehr, sehr gut. Sehr interessant. Eric V. Electric, geiler Typ, kann ich mir wärmstens empfehlen. Schaut die mir gerne bei ihm vorbei. Sehr informatives Video. Hätte ich nicht gedacht, dass der so diszipliniert an die ganze Geschichte rangeht. Absoluter Vollprofi, mehr kann man dazu nicht sagen. Geil. 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 Bis zum nächsten Mal.